Unterstützt von Bühnen-Kollegen bringt uns der Besitzer ein großes Bild, das er von klein auf kennt. Das Erbstück geizt nicht mit Reizen und so ist die Signatur leicht zu übersehen. Irgendwann haben wir gesehen, da steht ja Max Nonnenbruch, 1904. Ob das schon wahr ist? Wir haben ja alle die Kunst- und Krempel-Schauer. Ich hab's in ihrer Sendung schon mal gehört, da hat's mal so leichte Nachahmungen gegeben. Nachahmungen? Ja, also da wo praktischer Druck irgendwie gepinselt wurde und so. Das wird jetzt mal schauen, ob das vielleicht so was ist. Hallo, grüß Gott. Das ist ja ein fancy Bild, nicht? Bisschen was Ausgerissenes. Woher haben Sie es und haben Sie es hängen? Wir haben es hängen. Es stammt von meinen Großeltern. Mein Großvater ist Jahrgang 1893 gewesen, der ist aber schon gestorben. Also den hab ich gar nicht mehr kennengelernt. Und meine Großmama hat das Bild hängen gehabt, schon seit ich ein kleiner Bub war. Also in den 60er-Jahren kenn ich das Bild. Auch in dem Rahmen? In dem Rahmen ist das so gehängt in Ihrem Wohnzimmer. Sie hat ja gesagt, das ist die Winzbraut. Die Winzbraut. Ja, das hat mit Winz zu tun. Ja. Und Sie haben es jetzt auch hängen? Wir haben es jetzt auch hängen, ja. Und haben Sie irgendeine spezielle Frage? Ja, weil man hat sich so beachtet und irgendwann haben wir mal geschaut und steht da Nonnenbruch drauf und da bin ich schon ein wenig stutzig geworden. Und der Rahmen, der ist von Hans Irrbacher. Das war der Firmenparte von meinem Großvater. Gut. Ja, es ist ein schönes, sehr lichtes Gemälde des Jugendstils und beinhaltet all das, was man damals an Lebensgefühl versuchte einzufangen. Also Licht, Sonne, Luft und eben eine Kleidung, die den Körper nicht beschwert einengt und in modische Bahnen zwingt. Und das war eine Bewegung, die ganz Europa umfasste, aber besonders im Norden sich manifestierte. Man muss sich vorstellen, 1904 war die Zeit so, dass glaube ich 50 oder 60 Prozent der Frauen noch Korsette getragen haben. Das ist jetzt eine befreiende Situation für diese Frau, die sich der Natur gegenüber sieht, nur einen Schleier trägt, nicht mehr eingesperrt ist. Das war diese Bemühungen, diese Freikörperkultur, das Tanzen, das auch zeigen, dass das Leben jetzt nicht nur darin besteht, dass man irgendwo in Innenräumen ist. Ein bisschen hat es auch damit zu tun, um zeigen zu können, wie eine schöne junge Frau so halbnackt ausschaut. Es hat also auch durchaus einen leicht erotischen Touch, dieses Bild. Nonnenbruch, der Maler Max Nonnenbruch, jetzt sind wir bei ihm, ein Münchner Maler des Jugendstils, hat sich auf ähnliche und derartige Motive spezialisiert. Er hat immer wieder Windbreite oder Strandsituationen, wo der Wind war, wo also dieses Element des Windes auch dargestellt ist, zum Thema gehabt. Es ist eine Szene wohl an der Nordsee, weil hier schmaler Strand, hohe Dünen, Ostsee verläuft etwas harmonischer. Und dem stellt sich diese junge Frau entgegen, diesen Windstößen, diesen Briesen, die sie genießt und denen sie sich sozusagen hingibt. Diese Art von Malerei ist in Deutschland selten zu sehen, aber in Kopenhagen beispielsweise, im modernen Museum oder im Torwalzenmuseum finden Sie Dutzende von diesen Bildern, die etwas später oder in dieser Zeit entstanden sind, dieses neue Lebensgefühl des naturhaften Lebens herausstellen. Die Bilder sind immer Licht, weil ja der helle Sand, der silberne Meeresspiegel und der Himmel mit dieser charakteristischen Bewölkung dunkle Farben gar nicht zulassen. Das ist überstrahlt von dieser weißseidigen, silbernen Atmosphäre. Insofern hat Ihr Verwandter den Rahmen wunderbar gewählt. Herr Nonnenbruch war ein sehr erfolgreicher Maler. Es gibt von diesen Bildern und diesen Schöpfungen zahlreiche Reproduktionen. Er war auch ein ziemlicher Vereinsmaier, er war bei allen möglichen Vereinen dabei. Also ein Maler, der sich selber und seine Zunft auch dadurch gefördert hat. Es gibt viele Reproduktionen, mit denen er noch einmal ein Geschäft gemacht hat. Und das war ja Ende des 19. Jahrhunderts durchaus üblich, dass man eigene Werke fotografisch wiederholt, ein bisschen Öl veredelt und dann weiterverkauft für kleineres Geld. In diesem Fall ist es aber so, dass es ein Original ist. Es ist eine ganz geschickte Malerei. Diese unterschiedlichen Fertigungsgrade sind ja auch faszinierend, wenn Sie den Kopf anschauen oder diesen Teil des Wassers. Dem ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit oder Zuwendung geschenkt als manches andere. Auch die Beine sind sehr zuwendungsreich gemalt, dann andere ist es wieder ganz skizzenhaft. Das erzeugt Spannung. Und wie wir wissen, diese Spannung macht oft den besonderen lebhaften Eindruck, ist auch immer Teil einer gewissen künstlerischen Aussage. In Zeitschriften wurde diese Art zu malen propagiert, besonders in der Zeitschrift Jugend, die programmatisch war und diesem Stil den Namen gegeben hat. Da gab es dann auch noch einen schwunghaften Handel mit lithographischen Blättern, die man nach Gemälden erwerben konnte, sodass sich das dann in weite Kreise verbreitete und für wenig Geld auf dem Markt angeboten wurde. Heute hat das durchaus seine Interessengruppen. Auf dem Markt kommt das gut an. Bezüglich des Rahmens sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlicher. Es ist durch das Silber eine perfekte Farbwahl. Für meinen Gusto ist er vielleicht ein bisschen zu strukturiert. Es könnte eine schmale silberne Leiste auch sein, die das Bild besonders hervorhebt. Aber heute, wenn Sie das versteigern wollen, umgekehrt, Frage, was glauben Sie, ist es wert? Ich kann es gar nicht sagen. Bauch. Bauch. 3.000 Euro. Da können wir schon ein bisschen was dazu tun. Denn würde das heute auf einer Auktion sein, kann das durchaus auf 12.000, 15.000 Euro gehen. Der hohe dekorative Wert, dieses Vermitteln eines Lebensgefühls und die künstlerische Qualität, die absolut vorhanden ist, sind der Garant dafür. Danke fürs Zeigen und viel Freude noch auch in Zukunft. Danke schön. Auf Wiederschauen. Als Herr Giese von Reproduktionen gesprochen hat. Das habe ich mitgekriegt, ja. Habe ich mir gedacht, das ist so eine. Ich finde es toll, dass er gesagt hat, das ist original. Ich habe es auch vermutet, aber man weiß halt nicht und deswegen kommt man her und lasst es mal anschauen. Uns freut es und lassen wir es weiter hängen und passt schon. Nichts. gray viel Untertitelung des ZDF, 2020